ja so dann wollen wir uns jetzt mal mit unseren Super GT auf den Weg machen zu dem Dealer dazu folgen wir mal wieder hier der gelben Linie, wenn mich jetzt nicht jeder spacken mit seinem Auto immer nerven würde, das wäre natürlich noch weiter von Vorteil äh, links abbiegen so nehmen wir auch alles mit was wir kriegen können Laternen, Ampel, alles, Fußgänger und cruisen hier mal durch die Nacht von Liberty City ohne Rücksicht auf Verluste das Ding geht schon gut, der Super GT, alter, kurzer nicht meinen Weg äh, müssen wir jetzt glaube ich auch rüber, ja ja, in den anderen Stadtteil fahren über die Bridge East Borough Bridge, genauer gesagt auch vor allem, dass der Verkehr jetzt nicht allzu dicht ist, ich hab nämlich keinen Bock zu warten Alter, verpiss dich doch mit deinem verkackten Taxi GTA ist immer gut auf jeden Fall, um mal ein bisschen, äh, die Aggression zu stauen so, sagen wir mal eben die Maut kein Bock hier auf Ärger wenn wir jetzt wieder einen Polizeistern kriegen, da ist uns auch nicht mitgeholfen so eben hier durchwühlen und dann sind wir jetzt auch schon da im neuen Stadtteil äh, scharfe Linkskurve ich weiß, alter, was verzieht der Wagen denn so er dampft zumindest noch nicht, also so schlimm kann es noch nicht sein so, jetzt nochmal rechts die Polizei macht ja auch so ihre Streife und dann sind wir da am Treffpunkt so, wir müssen ihm Delights folgen zu seinem Lieferanten äh, müssen dabei aber achten, dass wir dem nicht zu nah auf die Pelle rücken aber wir dürfen auch nicht zu viel Abstand halten so 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 Was ist das? Nummer eins? Ah das hab ich nicht aus Versehen geduckt. Der schießt doch nicht auf mich, komm, haupt da. Nummer 2. Jetzt muss ich nur noch warten, bis der Dritte dahinter der Wante wegguckt. So. Das müssten jetzt alle drei gewesen sein. Wir haben auch das Geld gekriegt, haben jetzt die Props von Little Jacob. So muss das doch sein. Ja, ich hab die Mission schon mal gespielt. Allerdings hatte ich das dann noch nicht so raus mit dem Zielsucher. Das war ein ziemliches Gerödel. Ah, jetzt ruft das Little Jacob an. Tell Badman that I got rid of the competition. Right, son. Die Kana belongs to I again. And nobody gonna fuck with Ice Kana no more, no things. One love, Nico. Okay. Vielen Dank.